Herzlich Willkommen in San Fierro, unsere neue Stadt und so viele neue Möglichkeiten warten auf uns. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gar nicht lange irgendwelchen Quatsch hier, sondern wir legen sofort los mit der ersten Mission in unserer neuen Stadt. Und schauen mal, was wir mit der alten Bruchbude ja so alles anfangen können. Sieht ja jetzt nicht so einladend aus auf den ersten Blick, nicht wahr? Schauen wir mal. With flowers in your hair. Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place, we got shit to our name, and for once, I try to make something worth this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life, you wanted something for nothing. Now you've got something, and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Yeah, all right. But how am I finding some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Oh, man, I'm about to ride with this fool again. Good, that we know the truth. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines. Till the mob bought their business over in Weiss. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit. But the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage. Over in East Basin. Oh, ja, die zwei kennen wir. Austin by City, let's play. Suit dude, suit dude. Ihr erinnert euch? Vielleicht? Legen wir los und sammeln unsere alten, neuen Freunde ein. Und wie machst du diese Leute denn? Ich habe sie in der 89. Fierro-Lovin' Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ich bin gerade falsch gefahren. Naja, egal. Fahren wir unter der Brücke durch. Das sollte auch gehen. Hoffe ich mal. Ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen. Ach ja. Ich werde mich auch wieder erst ein bisschen einfinden müssen. Das hier ist ein vietnamesisches Gang-Territorium. Hier? 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 Jethro. Hopp'in, Mann. Ich habe euch einen wirklichen Job. Hey, da, Trith, Dude. Oh, Mann. Do I owe you? Cause ich versuche, ich verabschied für das Weed, Mann. Nein, Mann. Wir sind gut. Ich denke. Jethro, Karl. Karl, Jethro. Wasp'in, Mann? Können wir bei den Hospital? Es ist in der Stadt. Westa hier. Ja? Du bist sick? Nein. Die Regierung ist. Aber das ist eine lange Geschichte. Also, du weißt, was ist das Problem, Leute? Ich bin in der Garage in Doherty, bei der Wastegrinde. Du weißt, Fahrmodder, Lowrider, all that shit. Du weißt, die Polarbeeren shit in den Wald. Oh, aber sie haben nicht shit in der Lüchertette. Wenn ich es richtig erinnere. Ja, das war so weit weg. Es ist so schön. Noch ein von Gras durchzogenen Verstand mehr im Team zu haben. Aber wir kriegen ja noch einen dazu. Jeffro bleibt ja nicht alleine. Vorher müssen wir aber erstmal mal wieder irgendeine komische Sache für den Schuh verledigen, von der wir keine Ahnung haben, was es eigentlich soll. Ich meine, bei dem kann man sich nie so ganz sicher sein, was in seinem seltsamen Hirn eigentlich vorgeht. Von daher nehmen wir so hin, fahren wir halt einfach mal zum Krankenhaus. Was sind wir hier für anyway? Nothin'. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You trippin' again. Shhh. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's workin' a hotdog van at the tram terminal in King's. Come on, dude, what's all that about? You don't wanna know. What? Do you know what a subdermal Neurophone is? What? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Irgendwas, das unter die Haut geschoben wird. Nehme ich mal so an, weil das heißt Subcutan. Was ein Neurophone ist, keine Ahnung. Äh, aber hat da gerade einer von der Grove Street am Steuer gesessen, oder habe ich mir das gerade nur eingebildet in dem kurzen Moment, den man diesen Liefervan da gesehen hat? Keine Ahnung. Ich würde so gerne diese Karre von Dwayne mitnehmen, aber ich glaube, die kriegen wir leider nicht. Hi. Hi. Du, Dwayne, man, how's the hotdog business? It's totally shit. Why? What's happening? My friend Carl here is opening the chop shop. Jethro's in. How about you? Uh, yeah, cool, man. Uh, I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at and I'll meet you dudes there. The garage is on the wastegrounds in Doherty. I'll see y'all later. Okay, next stop, cop station downtown. What? You're out of your mind. Why? If I told you, the likelihood is, you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Well, okay, but you're starting to freak me out with all that space shit, man. Ich finde auch schön, wie Dwayne die Laterne umfährt, wenn er hier wegzieht. Das macht er immer. Okay, dann also zum, achso, das soll ein Blaulicht darstellen zum Polizeirevier. Ich hab mich grad schon gewundert, was das sein soll da. Dieser blaue Blob, der bei uns da auf dem Radar auftaucht. Aber könnte ein Blaulicht sein. So, wahrscheinlich wieder irgendein Lieferwagen dabei beobachten, wie er wegfährt. und dann sollten wir so weit auch fertig sein. Uah, denke ich mal. Ach, dieser Landeplatz. Ich kann mich noch dran erinnern, da gibt's eine Mission, die wird uns hier hinführen. Und ich hab sie nicht gemocht. So, aber erst mal beobachten. Okay, du kennst die Drill. Nicht interessiert in nichts. Picture a pink golfball in deinem Geist. Okay, wir sind gut zu gehen. Woher zu next, Space-Head? Da ist ein Elektronik mit dem Ich hatte dealings mit. Er geht mit dem Namen Zero. Er kann fixe ein Supercomputer mit Paperclip. Er hat seine eigene Schacht, aber er ist immer bereit zu helfen fellow Traveller along the path. Let's go introduce you to him. Stimmt Zero. Ist klar, aber der Blick von The Truth ist auch spitze gewesen, stirrende Blick mit den riesig aufgerissenen Augen. Stimmt, Zero habe ich ganz vergessen, den gibt es auch noch. Da werden wir auch eine, ne, zwei Missionen haben, die nicht so geil sind. Die kann ich mich noch erinnern, die habe ich nicht gemocht. Aber das dauert noch, bis wir dahin kommen, bis zu dem Punkt. Erstmal werden wir ihn einfach nur kennenlernen und werden feststellen, dass er ein ziemlicher Lappen ist. So, wir sehen auch schon, später können wir diese Hütte mal kaufen hier. Ähm, okay, warum nicht? Lass mich alleine, Berkeley. Das ist Stalking. Oh, hey, Truth. Geh in. Ich werde dich in, als wir fahren. Zu Hause, James. Carl, Zero. Zero, Carl. Was? Carl hier ist in der Garage rund der Körner. Ich sagte ihm, du bist der Mann, zu sprechen, wenn es zu Elektronik geht. Eigentlich bin ich der einzige Mann, zu sprechen. Grade A Tipptopp-Genius, das ist ich. Du solltest bei der Shop ein bisschen vertreten. Siehst du ein bisschen von meinem Schick, Bro. Ich mache das. So, alle da, selbst Dwayne ist schon da. Wunderbar, kann ich seinen Wagen dann gleich klauen? Das wäre wunderschön. So, auf jeden Fall kann die Garage, äh, die Werkstatt dann jetzt wohl eröffnet werden, so langsam. Okay, wir hier. A week of hard work, and wir transform this place. Ey, Caesar, komm over hier. Sup, B? Caesar, das Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, mein sibling. Orale, let's get to work. Ey, Carl, look, I think I found a way for us to get paid. I ain't going to college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis, this all sound big time to me. Look, Carl, this place is going to get on its feet, and when it does, two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Hey man, you chose her, I'm stuck with her. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you, what's up? Disaster, my landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing bar. Später, später. Ich könnte es mehr leisten, glaube ich. Ich glaube, das Ding hat 30.000 bloß gekostet. Bin mir gerade nicht so sicher. Äh, aber ich habe gerade absolut keinen Bock auf Zero's Aufträge, ganz ehrlich. Die sind mit Mist. Und ich will erst mal irgendwas erledigen, was Spaß macht. Also, bleiben wir erst mal hierbei. 5-5-5, WeTip. Carl, how's San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give WeTip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where will I go find him? He's at the Vancoff Hotel in the financial. Oh, for sure. Warte mal auf mich hier, oder, halt. Kann mir mal irgendjemand sein Vehikel hinterlassen? Irgendwas vielleicht? Nicht gerade die Straßenbahn, die kann ich nämlich nicht nehmen. Ansonsten laufe ich halt zu dem verdammten Hotel. Ist mir auch Rille. Oh ja, hier. Einmal raus. Ich glaube, ohne Schlag wäre das auch gegangen, aber hey, das gehört dazu. So. Ich weiß noch, das wird eine kleine Schnelligkeitssache hier. Wir müssen uns beeilen und dabei das Auto, das wir dann gleich am Hals haben, nach Möglichkeit heilen lassen. Aber wir werden es sehen. So, ich glaube, hier sollten wir richtig sein. etwas übersteuert. Und dabei fast in die asiatischen Gangmitglieder reingefahren. Oh, hallo Katzi. Äh, ja, ich habe hier meine Katze mit am Hals. Kann sein, dass ich zwischendurch etwas abgelenkt bin, ab und zu mal. dieses Hotel hat einen Parkservice. Der Staatsanwalt wird seinen Wagen in Kürze dort abgeben. Folge dem Parkboy in die unterirdische Parkgarage und schalte ihn aus. Vergewissere dich, dass niemand in der Nähe ist. Sieh mal an, was für ein hübsches Auto du hast. Ja, macht euch aus dem Weg, Leute. Mann, 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 Mann. Der Parkboy ist in der Parkgarage. Schalte ihn aus, bevor er sie verlässt. Das kriegen wir hin. Und vorbei. Schnappt ihr die Uniform des Parkboys. Neuer Job für uns. Wunderschön, vor allen Dingen mit der Mütze. Geht zum Carport des Parkservices und wartet zusammen mit den anderen Parkboys. Sexy Unterhose. Dass er aber auch die Mütze auflässt, ist großartig dabei. So. Jetzt sind wir etwas schneller, als wenn wir das zu Fuß erledigen. Also nehmen wir mal das Motorrad. So, das können wir dann mal hier stehen lassen. Und dann... Wundert euch nicht, dass der eine gerade weg ist. Der hat Feierabend. So, dann müssen wir nur noch auf das richtige Auto warten. Der Staatsanwalt fährt einen blauen Merritt. Merke ihn dir. Du musst ihn erkennen, wenn er ankommt. Achte darauf, dass kein anderer Parkboy seinen Wagen übernimmt. Identifiziere den Wagen des Staatsanwaltes, wenn er ankommt und steige ein. Ja, ich würde ja sagen, so grau-blau war das eher gewesen. Kein richtiges Blau. Irgendwie sind eure Uniformen ein bisschen strahlender, als meine. Kann das sein? Meine schon so ein bisschen alt und abgetragen. Einer von euch? Ich nehme den nicht. Na, Kumpel? Alles fit? Schönes Wetter heute, oder? So, das sollte er noch nicht sein. Du nimmst. Der Merritt sah etwas anders aus. Ja, dann müsste der nächste Wagen ja schon unserer sein, nicht wahr? So viele Parkboys gibt's ja nicht mehr, die ja noch irgendwas holen könnten. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt sieht er auch nach blau aus und nicht grau-blau. So. Ich übernehme dann mal. Du sitzt im Wagen und startst einmal als Tarz in der Garage, wo die Drogen platziert werden. Geht klar! So, wir sehen, die Zeit ist knapp bemessen, vor allen Dingen, weil das, glaube ich, auch die Zeit für Hin- und Rückfahrt ist, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube schon. So. Jetzt ist es noch nicht so wichtig, ob wir ganz durchkommen, ohne Schaden zu kassieren, aber auf der Rückreise sollten wir nach Möglichkeiten irgendwo anecken. denn Kratzer wären ein bisschen auffällig, ein bisschen verräterisch. So. Packt rein das Gras. Los geht's, Jungs. Drogen wurden platziert, fahr den Wagen in die Garage des Hotels. Der Wagen darf nicht einen Kratzer haben, sonst bemerkt es der Staatsanwalt. Und wir müssen nochmal zurück zur Garage, dafür ist die Zeit nicht da. So, aber... Aber die Zeit sieht ja ganz gut aus, das sollte eigentlich reichen, dass wir auch einfach ein bisschen humaner fahren können und nicht hier durch die Gegend gasen müssen, wie die Bescheuerten. Weg da. So. Das sieht gut aus. Beiseite, bitte. Parke das Auto auf dem markierten Parkplatz. Na, alles hört hier. Ein Parkboy kommt, um den Wagen des Staatsanwalts zurückzubringen, begib dich raus zum Carport des Parksurvers und ruft die Cops an. So viele, die hier zu Fuß unterwegs sind. So viele Parkboys. Verrückt. So. Na, mein Freund, wirst du gleich eingeknastet. Hallo? Das Weetit? Ich habe gesehen, etwas sehr suspicionses. Du solltest, du siehst, siehst du. Polizei! Geht nicht! Geht aus dem Auto mit deinen Händen in den Luft. Weißt du, wer du hier mitf***st? Ich habe deine Badge, du moron. Schau! Hast du nichts da hinten gefunden? Ich habe nichts gefunden. Er hat eine halbe Mexiko in hier. Es muss zwei Tonnen hier sein. Was? Aber ich habe es nie gesehen. Wie könnte es sein? Hölle Gefängnis, du hast da, und die Karre mit dem Gras lassen sie stehen. Ist klar. So, wie es aussieht, könnten wir jetzt theoretisch als Parkboys hier arbeiten. Wollen wir ja aber nicht. Ja genau, wir könnten jetzt Park-Service-Missionen machen. Muss ja nicht sein. Wir sind völlig blockiert die Straße. Das war's für heute.